Heute was Neues aus dem Werk 45. Ein Frosch im Hals. Auch Frosche gibt es im Werk 45. Bei uns kriegt ihr einfach alles. Radios, Lautsprecher, Endstufen und neu im Wangebot Frosche. Das ist auf Italienisch nicht übersetzt Frosche, weil Frosche bedeutet Froscho und bedeutet Schwuchtbüll. Ah Froscho. Was bist du? Froscho. Und kleine Italiener haben auch immer eine Frosche. Sie können sogar singen und tanzen. Wo geht's? Du willst es bezahlen. Heute was Neues aus dem Werk 45. Herzlich Willkommen. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag, Leute. Für jeden, der nicht weiß, heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag, Leute. Für jeden, der nicht weiß, heute ist Donnerstag. Für 1521, ey. Jetzt Kaffee und Kuchen zeigen. So. Herzlich Willkommen im Werk 45. Wir haben für euch heute BMW E46 Kabel. Für jeder, der HiFi macht oder für jeder, der einen fährt, der weiß, Musik, der weiß, genau, der weiß, Musik in diesem Fahrzeug ist nicht ganz einfach. Wir zeigen euch heute einmal ein Produkt, das wir hier gebaut haben von der Firma Pioneer, Audio System und natürlich unsere Demo von STP. Das Auto kommt jetzt von allein angefahren. Schaut zu. Das schiebt ein kleiner Italiener, ihr merkt es, ne? Das dauert ein bisschen länger. Ja, da ist er. Unser BMW E46 Kabel. Wir haben hier verbaut ein Evo 64. Ich habe ihn da gerade überrollt von einem kleinen Italiener. Warst du, Pfütze? Stehen geblieben? Ja, wahrscheinlich. Da musst du einen Millimeter weiter nach links. Du hast gesagt, warst du Pfütze. Da ist es. Ja, das hast du gesagt. So. Ich hab jetzt auch nicht. Ich hab meine Haft dran gefüllt. Ah, geil, ey. Der war echt gut jetzt, ey. Sorry. Denk mir, wann hört der denn auf? Guckt der denn nicht?